Servus Leute, ähm, yo, äh, ich habe ein kleines Anliegen und zwar, ich habe ja jetzt ein Hintergrundbild und ein Logo, das Einzige, was ich noch brauche, ist ein Intro. Ähm, das Intro, wo momentan läuft, das habe ich irgendwie zusammengefuscht, aber, ähm, ich bin da nicht wirklich talentiert drin. Und darum frage ich euch, habt ihr da irgendwie Kenntnisse, habt ihr da was drauf? Ähm, könnt ihr mir irgendwie ein Video, also ein Intro mit ungefähr 10 Sekunden, 15 Sekunden, ähm, ein Intro zusammenstellen, was irgendwie mit Battlefield zu tun hat, oder... Ja, halt irgendwie passend ist für mich, als Let's Player. Und, ja, das war's eigentlich und... Ja, ich sag dann danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Bis zum nächsten Mal.